Kriminalgericht Berlin-Moabit. Heute wird der rumänische Taschendieb Katalin A. vor Gericht gestellt. Der 22-Jährige ist europaweit bekannt. Er wurde bereits in Spanien, Tschechien und Rumänien wegen Taschendiebstahls verurteilt. Der Rumäne ist Teil einer Gruppierung, die mehrere Monate lang in Berlin Reisende an Bahnhöfen bestohlen hat. Die Bundespolizei überführte sie mit Hilfe von Videoüberwachungskameras. Katalin A. und seinen 43 Mittätern konnten 197 Taten zugeordnet werden. Die Beute sechsstellig. An mindestens 27 Taschendiebstählen war der Beschuldigte beteiligt. Nach knapp zwei Stunden das Urteil. Zwei Jahre und sechs Monate Haft wegen gemeinschaftlichem und gewerblichen Diebstahl. Katalin A. verlässt sofort das Land. Sollte er jemals wieder nach Deutschland kommen, würde die Strafe vollzogen. Kurz vor sechs Uhr in Berlin-Spandau. In der Stille des Morgens rückt ein Einsatzzug der Bundespolizei aus. Das Ziel ist eine Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge. Hier vermuten die Beamten einen gesuchten Taschendieb. Um diese Uhrzeit ist die Wahrscheinlichkeit am größten, den Mann anzutreffen. Gegen den 24-Jährigen aus dem Kosovo wurde Haftbefehl erlassen. Gemeinsam mit drei weiteren Tätern soll er zahlreiche Taschendiebstähle an Berliner Bahnhöfen begangen haben. Gemeldet ist er hier, lebt in einem Zehn-Mann-Zimmer, bis sein Asylverfahren abgeschlossen ist. Geplant wird die Aktion von der Ermittlungsgruppe Tasche, spezialisierte Fahnder der Bundespolizei. Wir haben insgesamt vier Haftbefehle. Einen Haftbefehl erwarten wir hier in diesem Asylantenheim, im Objekt 1, was wir durchsuchen. Und bei dem zweiten Objekt handelt es sich um die Adresse, wo einer von unseren Haftbefehlen wohnhaft ist, der sich aber gegenwärtig bereits in Haft befindet. Die Ermittler haben die Bande von insgesamt vier Beschuldigten schon länger im Visier. Einer von ihnen sitzt bereits in Haft. Die anderen drei sollen heute folgen. Die Kräfte sind inzwischen draußen, haben gemeldet, dass sie kurz vorm Eindringen sind. Pünktlich um 6 Uhr wollen wir da zugreifen. Zeitgleich in Berlin-Charlottenburg. In diesem Mehrfamilienhaus hoffen die Beamten, die Tatverdächtigen zu finden. Der bereits inhaftierte Kosovare ist hier gemeldet. Schnell ist klar, nur die Ehefrau des mutmaßlichen Taschendiebes hält sich in der Wohnung auf. Die Bundespolizisten suchen nach Hinweisen und Diebesgut. Sie finden zwei gestohlene Handys. In der Erstaufnahmeeinrichtung treffen die Bundespolizisten ebenfalls niemanden an. Das Zimmer des Asylbewerbers wurde nach Beweisen durchsucht. Er bleibt zur Fahndung ausgeschrieben. Die Ermittler gehen davon aus, dass die vier Kosovaren Reisende auf einer Rolltreppe bestohlen haben. In mindestens 26 Fällen. Eine Überwachungskamera hat sie gefilmt. Die Telegruppierung ergänzt sich um das Opfer. Das Opfer betritt die Rolltreppe. Der Nothalt wird gezogen. Der Nächste, der Zier, schließt dann ganz dicht auf. Die anderen positionieren sich dahinter, um dann einfach nur die Sicht für nachfolgende Reisende zu verdecken. Hier passiert gerade schon die Tathandung. Man sieht hier den Zier, wie er schon aus der Gesästage das Portemonnaie entwendet. Der Hintermann legt das hier mittels seiner Jacke ab. Alle verlassen die Rolltreppe. Das Portemonnaie ist weg und das Opfer hat von all dem nichts bemerkt. Durch die Aufnahmen konnten die Tatverdächtigen identifiziert werden. Jetzt werden sie deutschlandweit gesucht. Hauptbahnhof Berlin. Kurz nach 8 Uhr morgens. Michael Jahn und Sebastian Brandt sind auf Streife. Bahnhöfe sind das Revier der Bundespolizei. Und hier schlagen die professionellen Taschendiebe mit Vorliebe zu. Gedränge, Hektik und jede Menge Touristen. Ein Paradies für Klaubernden. Auch deshalb zeigt die Bundespolizei hier verstärkt Präsenz. Michael Jahn und Sebastian Brandt haben auch einen Blick auf Bahnsteige und Rolltreppen. Eine Riesengruppe betagter Personen, Rentner, sage ich mal, sind ja auch gern Ziele von Taschendieben. Gerade wenn man rücksichtslos ist und die Taschen mal unbeaufsichtigt stehen lässt, ist das natürlich eine gute Gelegenheit für jeden Dieb. Die jetzt hochkommt. Lila Jacke. Ist doch eine von unseren Rumänen. Ja, ist doch eine. Die habe ich aber nicht gesehen. Die kamen jetzt hierher von... Ja, die kamen vom Bahnsteig. Ganz genau. Eine Frau mit Kopftuch erweckt die Aufmerksamkeit der Bundespolizisten. Hallo. Polizei. Personenkontrolle. Verstehen Sie mich? Polizei. Ja, Polizei. Richtig. Passwort. Die Frau stammt aus Rumänien. Sie ist nicht aus einem der Züge ausgestiegen, den Beamten aber bereits bekannt. Was machen Sie hier? Auf dem Bahnhof, wenn ich mal fragen darf. Wir kennen uns doch, ne? Ja, Frau ***. Natürlich. Was machen Sie hier? Was machen Sie hier auf dem Bahnhof? Ja, hier. Warum? Warum hier? Ja, gerade die Bahnhof ist. Hier unten geschlafen. Hier unten geschlafen. Aha. Wollen wir die Tasche mal bitte aufmachen. Wo ist der Telefon? Die kritischen Nachfragen der Beamten haben Gründe. Weil die halt sehr oft hier ist. Also die ist ja schon jetzt auch vom Gesicht her bekannt. Also die Tatsache, dass sie jetzt hier geäußert hat, sie möge hier schlafen, ist ja sehr unwahrscheinlich. Aber die ist schon eher zu den Klientel zu Orten, die möglicherweise Situation ausnutzen, wo man durchaus mal zugreifen könnte. Sebastian Brandt vermutet, dass die Rumänen es eigentlich auf Geldbörsen und Handys abgesehen hat. Mal rausnehmen. Das rausnehmen. Einmal gucken. Ich will gucken, was da noch drin ist. Nein, das nehme ich dir nicht weg. Das kriegst du wieder. Du kriegst das ja wieder. Ja, ja. Ja, ist ja richtig. Und das nochmal? Was ist da noch drin? Also wir haben ja schon letztendlich ein Bild von unseren möglichen Tatverdächtigen so heiblichsten Kopf aus, das beruht hat durch Erfahrungswerten etc. Und bei solchen Personen, die sie halt permanent hier an den Bahnhöfen aufhalten, ohne eine tatsächliche Reiseabsicht zu haben, die sie da tatsächlich nicht haben, da kontrolliert man schon mal stärker. Weil man fragt sich ja immer, was machen die hier? Und letztendlich können sie ja letztendlich darauf auch nie eine vernünftige Antwort geben. Und demzufolge wird das dann durchaus mal kontrolliert. Die Frau gibt an, hier Zeitungen verkaufen zu wollen. Doch herumlaufende Zeitungsverkäufer sind von der Deutschen Bahn nicht erwünscht. Die Rumänen muss den Bahnhof verlassen. Für die Bundespolizisten sind diese Einsätze Routine. Auf jeden Fall, kommt, nehmen wir mit der Ja. Die meisten dieser Zeitungsverkäufer haben bereits ein Hausverbot der Deutschen Bahn. Das schreckt sie aber nicht ab. Sie kommen immer wieder. Hatten wir uns heute Morgen nicht schon gesehen? Wir beide? Nee, nee, das ist der mit der, der sonst immer die weißen, meine Hände aus den Taschen. Was macht ihr hier drin? Naja, ist doch gut. Ihr habt doch Hausverbot, Leute. So, jetzt Dokumenta. Dokumenta. Der gleiche Mist. Auch diese beiden Männer sind Polizei bekannt. Wollt ihr irgendwo hinfahren? Reiseabsichten? Reiseabsichten? Was hast du unter deiner Jacke? Zeitung, ne? Genau. Zeig mal her. So, wir sind ein bisschen doof, oder was? Für Michael Jahn fallen die beiden Männer in die Kategorie Gelegenheitstiebe. Ich denke mal, dass viele von denen diese Zeitung auch als Vorwand betreiben. Vielleicht gar nicht die Absicht haben, diese zu verkaufen, sondern in Verbindung dann zum Beispiel mit dem Diebstahl diese anbieten. Der Bundespolizist ist von den immer gleichen Ausreden der Zeitungsverkäufer genervt. Was soll denn das? Was soll denn das? Was soll denn das? Was soll ich jeden Tag? Ich bin 23. Ach, du verstehst mich. Rumänisch bisschen doof. Ich kann mitmach. Genau. 90. Schau mal, wer da unten ist. Oh, schade. Schade, wahnsinnig. Ein anderes, bekanntes Gesicht ist ebenfalls wieder auf den Bahnsteigen unterwegs. Die kontrollierte Rumänin von eben. Das ist nicht mehr lustig. Ihr haltet euch ja nicht mal einen Tag dran. Ihr seid ja gleich wieder 10 Minuten später hier drin. Das finde ich überhaupt nicht lustig. Das ist respektlos. Die Diebe hier sind oft professionell in Banden organisiert. Sie gehen arbeitsteilig vor. In der Direktion der Berliner Bundespolizei ermitteln speziell ausgebildete Beamte, um die Strukturen solcher Gruppierungen aufzudecken. Was können wir denen im Einzelnen nachweisen bisher? Der hat ungefähr 30 Daten gehabt hier. Okay, und hauptsächlich hier in Berlin dann? Hier in Berlin, Charlottenburg. Nur Charlottenburg, eine Rolltreppe. Da kann man sich vorstellen, das war nicht alles. Michael Haustein ist der Leiter des Ermittlungsdienstes. Wir konnten feststellen, dass die Haupttechniker aus Rumänien kommen, aber auch Polen und Bosnien ist dabei, insbesondere aber aus Rumänien. Die dortige wirtschaftliche Situation macht es erforderlich, wahrscheinlich für die Täter hier nach Deutschland zu kommen, weil sie hier halt genug Beute finden und dann entsprechend auch diese erwirtschaftete Beute wieder ins Ausland zu transferieren, um dort ihre Familien zu unterstützen. Im Ermittlungsverfahren Charlotte wurden gerade erst 44 rumänische Taschendiebe überführt und verhaftet. Teilweise mit Diebesgut. Die wurden festgestellt im Berges Hügel bei vier Beschuldigten, die ausreisen wollten. Und wie gesagt, vier von ihnen, zum Beispiel, hat eine Beschuldigte im BH versteckt gehabt. Die rumänischen Taschendiebe arbeiteten hochprofessionell. Es ist grundsätzlich so, dass unsere Täter über den Tag verteilt die Diebstähle begehen und zum Feierabend sozusagen dann ihr erbeutetes Gut komplett transferieren über die vier in Deutschland ansässigen Transferdienstleister. Und daraufhin können wir dann sagen, wie viel Geld wurde an dem Tag in Deutschland gestohlen, wie viel kommt in Rumänien an und wer ist der Abnehmer. Eine sechsstellige Summe haben die Täter innerhalb weniger Monate erbeutet. Einer anderen Bande konnte die Bundespolizei sogar organisierte Kriminalität nachweisen. Damit erreicht der Taschendiebstahl in Deutschland eine ganz neue Qualität. Die Eltern haben die Kinder ausgeschickt, damit die hier in Deutschland auf Raubzug gehen können. In diesem Fall wurden 78 Taschendiebe verurteilt. Alle stammen aus Rumänien. Um die Strukturen der Banden aufzudecken, nutzen die Ermittler verdeckte Maßnahmen, Observationen, Telefonüberwachung. Außerdem werden Fotos und Handys von Tatverdächtigen ausgewertet. Also es kann sein, dass das Ding geklaut ist und später genutzt wurde. Im Ermittlungsverfahren Charlotte führten die so gewonnenen Erkenntnisse zu Razzien in Rumänien und in Berlin-Charlottenburg. Zwei Bars und ein Hotel wurden durchsucht. Ausweisdokumente, Portmanets und Quittungen sichergestellt. Umfangreiches Beweismaterial, um alle 44 Taschendiebe der Gruppe zu überführen. Nach eineinhalb Jahren Ermittlungsarbeit. In den Ermittlungsverfahren, die wir durchgeführt haben, konnten wir erkennen, dass es eine klare Hierarchie gibt. Also aus dem Ausland her organisiert wird. Dort gibt es Personen, die genau Anweisungen geben, die Personen, also die sogenannten Diebe, auch nach Deutschland schicken oder ins benachbarte Ausland. Hier dann diese Taten durchführen, die sie in ihren Heimatländern zuvor trainiert haben. Und es werden sogenannte Stadthalter auch eingesetzt, die für bestimmte Örtlichkeiten, für bestimmte Städte auch verantwortlich sind. Die Ermittlungsarbeit der Bundespolizei gestaltet sich schwierig. Oft setzten sich die Taschendiebe über Nacht ins Ausland ab. Per europäischem Haftbefehl wird dann nach ihnen gefahndet. Flughafen Berlin-Tegel. Sogenannte Personenbegleiter gleiten einen mutmaßlichen Taschendieb aus dem Flugzeug. Die Maschine kommt aus Bukarest. Der Rumäne ist einer der 44 gesuchten Taschendiebe aus dem Ermittlungsverfahren Charlotte. Die Bundespolizei arbeitet im Bereich Taschendiebstahl international mit anderen Behörden zusammen. Der Mann wurde vor wenigen Wochen in Rumänien festgenommen und nun nach Deutschland überführt. Hier soll ihm der Prozess gemacht werden. Dem Mann werden fünf Fälle des gewerbsmäßigen Taschendiebstahls vorgeworfen. Mindestens sechs Monate Haft drohen ihm für jede vollendete Tat. Verstanden? Ja, alles klar. Sie müssen signieren, unterschreiben, dass Sie das erhalten haben in Ihrer Sprache. Zurück in der Bundespolizeidirektion. Die Ermittler sind auf dem Weg zur Kriminaltechnik. Das wichtigste Beweisinstrument der Bundespolizei sind Aufnahmen von Überwachungskameras. Ziehen ist Fachjargon für den Diebstahl. Noch nicht alle Tatverdächtigen aus dem Ermittlungsverfahren Charlotte sind verurteilt. Die Videos helfen der Bundespolizei dabei, die Gesichter von Taschendieben zu erkennen und ihre ganz speziellen Tricks zu analysieren. Ja, hier. Guck. Halt. Ja, genau. Stopp dazu. Linker Arm, linke Hand am Nothalt. Da sind Sie alle gezwungen zu laufen. Und er geht gleich hinten ran an Sie. Dreht sich nochmal zurück. Die Geschädigte merkt während des Laufens nicht, dass sich der Dieb an ihrer Tasche zu schaffen macht. Hat einen Rucksack, hat er auch gemacht. Hat's. Also hast du gesehen? Auch die arbeitsteilige Vorgehensweise lässt sich mit den Videoaufnahmen nachweisen. Der sogenannte Abdecker steht schmiere und verwickelt nachfolgende Personen in Gespräche, damit sie den Diebstahl nicht sehen. Oder er steht auf der Rolltreppe hinter dem sogenannten Zieher und verdeckt nachfolgenden Reisenden die Sicht. Die Täter wollen natürlich so unauffällig wie möglich sein. Dementsprechend kleiden sie sich auch. Wenn es Sommer ist, kleiden sie sich sommerlich. Im Winter dann eben auch unauffällig, dass sie eigentlich in den normalen Reisefluss gehen können und auch unauffällig agieren können. Entsprechend, wenn sie auffallen, also es kommt auch vor, dass bei Versuchshandlungen dann der Täter auffällt, wie er an den Opfern rangeht, dann wird natürlich versucht, die Sache zu schlichten. Man versucht, dass so ein zufälliger Rempler gewesen ist oder ähnlich. Oder, wie in diesem Fall, hilft der Taschendieb sogar dabei, das Fahrrad seines Opfers mit nach oben zu tragen, damit der entgegenkommende Passant nicht misstrauisch wird. Die Bundespolizeidirektion Berlin schützt in den Ländern Berlin und Brandenburg 261 Bahnhöfe. Auf fast 1300 Kameras haben sie Zugriff. Trotzdem geht es nicht ohne eine sichtbare Polizeipräsenz. Das Ziel ist, Taschendiebstähle schon zu verhindern, bevor sie passieren. Auf den Bahnsteigen sind zahlreiche rumänische Zeitungsverkäufer unterwegs, obwohl sie Hausverbot haben. Einem bekannten Gesicht begegnen Michael Jahn und Sebastian Brand immer wieder. Einer Rumänen mit violettem Kopftuch. Du verkaufst doch gar keine Zeitung. Wo sind die Zeitungen? Du hast Hausverbot, ja genau. Das hat ja einen Grund. Die Erfahrung zeigt, dass die Zeitungen auch für sogenannte Abdecktaten benutzt werden. Während die Zeitung gezeigt wird, greifen die Diebe darunter in die Taschen der Reisenden. Deswegen verstehen die Bundespolizisten in diesem Fall keinen Spaß. Na ja, wir haben jetzt schon viermal wieder angetroffen jetzt hier auf dem Hauptbahnhof. Trotz Hausverbot, dreimal ja bereits schon des Bahnhofs verwiesen. Mit Nachdruck wird die rumänische Frau aus dem Bahnhof begleitet. Ihr droht eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Sie haben hier Hausverbot, da brauchen wir nicht diskutieren. Am Berliner Hauptbahnhof sind täglich rund 300.000 Reisende unterwegs. Viele merken erst in einer anderen Stadt, dass sie am Bahnhof bestohlen wurden. In der Bundespolizeidirektion laufen die Vorbereitungen für eine Tagfahndung. Schwerbuchmäßig werden wir uns heute mit dem fahrenden Bereich des Hauptbahnhofs bewegen. Der letzte spektakuläre Fall war eine Einstiegszeit letzte Woche, wo einem geschädigten 5000 Euro und 2000 britische Pfund abgenommen wurden während des Einschlägevorganges. Unser Täterklientel ist ja selber größtenteils Serben, beziehungsweise polnische Täter in dem Bereich. Kurz darauf im Hauptbahnhof. Wir begleiten den Fahnder Sven Lichtenberg mit versteckten Kameras. Der Bundespolizist gehört seit fast zehn Jahren zur Ermittlungsgruppe Tasche. Er hat einen besonderen Blick für potenzielle Diebe. Guckt man erst mal aufs Äußere. Erscheinungsbild, wo kommt er her, welche Herkunftsländer sind es, mitgeführten Sachen. Umhängetaschen, die leer erscheinen, über den Arm hängte Jacken. Also sind so Zeichen, wo man sagt, okay, dann macht es jetzt Klick, da gehe ich mal hinterher. Oder auch die Verhaltensweise. An einen Ort, mit dem man treffen, wieder auseinander gehen, wieder treffen, auf den Bahnsteig hoch, vom Bahnsteig runter. Gemeinsam mit sechs weiteren Fahndern ist Sven Lichtenberg in Zivil im Bahnhofsgebäude unterwegs. Auf Fernzüge hat er heute einen besonderen Blick. Kurz vor der Abfahrt will er sich am Zug positionieren, den Einstieg beobachten. Jetzt kommt der interessante Moment, beim Einstieg. Beim Einstieg wird jetzt in den Drängen entstehen. Sven Lichtenberg fällt etwas auf. Der Fahnder geht in die Mengen, beobachtet Einsteigende. Falscher Alarm. Es war gerade eine schöne Tatsituation. Ein älterer Herr ist von hinten in die Menge reingegangen, hat sich am Zug vorbeigedrängelt. Und die Dame vor ihm hatte die Tasche offen. Achtet man drauf, okay, was macht er jetzt? Aber er hat sich überhaupt nicht interessiert. Die Dame ist Nächste eingehen und er ist da rein. Alles gut, aber die Tat, die liegen einfach da gewesen. War kein Taschendieb, alles okay, nichts passiert. Kurz darauf rufen die Kollegen Sven Lichtenberg zu einem Schnellrestaurant. Der Grund, hier sitzen drei junge Frauen, die auf den ersten Blick verdächtig wirken. Die allgemeine polizeiliche Erfahrung sagt halt, es könnte was sein. Gerade in dem Bereich McDonalds kam es in den letzten Zeiten zu Taschendiebstehen und Handtippsdiebstehen. Und da sind wir dann doch ein bisschen aufmerksamer, weil es halt bekannt ist, dass von dem Klientel dann doch irgendwo eine Gefahr von ausgeht. Die Fahnder haben dabei fast nur Täter aus Südosteuropa festgestellt. Darunter auch Frauen und Kinder. Die verheilen sich erstmal unauffällig, setzen sich hin, verheilen sich wie normale Gäste, schauen links rum, wo irgendwelche Wertgegenstände auf dem Tisch liegen, wo Rucksäcke abgestellt sind, gucken eine Weile zu, beobachten das Umfeld. Was machen die Opfer? Wie reagieren die Opfer? Sind die Opfer mich sprichvertieft, abgelenkt? Und wenn die Situation dann stimmt, das Opfer abgelenkt ist, kein Blick auf die Gegenstände ist, auf das Beutegut sozusagen, dann stehen sie auf, greifen zu und verlassen den Laden. Dann stehen die drei jungen Frauen auf. Sollte es jetzt zu einer Tat kommen, muss Sven Lichtenberg sie dabei beobachten. Die drei Frauen verlassen das Restaurant, ohne einen Diebstahl begangen zu haben. Der Fahnder hat sich getäuscht. Zahlen der Bundespolizei zufolge kommen mehr als 60 Prozent aller überführten Taschendiebe aus Rumänien. Deutsche sind so gut wie keine dabei. Die Deutschen sind nicht fingerfärblich genug. Und der Deutsche hat irgendwo Angst, erwischt zu werden. Der geht einfach nicht ran. Und bei den Taschendieben, die wir haben, okay, die sagen, ja, mein Gott, wenn sie mich erwischen, warum bin ich wieder frei? Oder ich sitze halt mal ein halbes Jahr in Untersuchungshaft. Aber es interessiert die nicht. Die kommen aus Untersuchungshaft raus und klauen weiter. Der Fahnder folgt den drei jungen Frauen noch bis zum nächsten Geschäft. Hier schauen sie sich Ohrringe an. Und auffällig häufig auch nach draußen. Schließlich stecken sie die Ohrringe ein. Ladendiebstahl. Der Fahnder hatte den richtigen Riecher. Er stoppt die Frauen sofort. Bei der Durchsuchung entdeckt der Fahnder mehrere gestohlene Gegenstände. Die jungen Frauen sind 15, 17 und 24 Jahre alt. Eine ist bereits wegen Diebstahls Polizei bekannt. Alle drei kommen aus Rumänien. Die machen es nicht zum ersten Mal. Das hat man auch in der Handlungsweise gesehen. Die haben sich kurz umgeschaut, haben geguckt, was die Kassiererin macht, haben die Sachen eingesteckt. Sie haben halt klebrige Finger, ja. Eingesteckt, mitgenommen, fertig. Die drei haben einen festen Wohnsitz in Berlin. Die Bundespolizisten leiten ein Ermittlungsverfahren ein und nehmen ihre Fingerabdrücke. Dann müssen sie die jungen Frauen wieder gehen lassen. Michael Jahn und Sebastian Brandt laufen zeitgleich im Hauptbahnhof Streife. Als die Bundespolizisten an einer Rolltreppe stehen, gibt diese plötzlich Alarm. Jemand hat den Notausknopf betätigt. Die Bundespolizisten folgen zwei Männern, die zum selben Zeitpunkt auf der Rolltreppe waren. Gehst du andere Seite rein, Brandi? Michael, geh nach vorne. Geh hinten rein. Einer von ihnen hatte eine Brieftasche in der Hand. Michael Jahn stellt die beiden Männer im Supermarkt. Hallo, Sie beide folgen mir mal nach draußen, bitte. Okay, ich hab gerne mal die Ausweise gesehen. Haben Sie einen Notstopp gedrückt auf der Rolltreppe? Nein. Doch. Nein. Also, die Rolltreppe wurde gestoppt und Sie waren auf Höhe des Notstopps. Wo ich nachgeschaut habe. Rolltreppe. Stopp. Wer hat gemacht? Wer hat gemacht? Sie waren auf Höhe des Notstopps. Ich hab nicht gemacht so. Die beiden bulgarischen Männer verstehen nur schlecht Deutsch. Die Geldbörse haben Sie seit der Rolltreppe in der Hand. Also, gegen den Herrn liegt ein Versteckungshaftbefehl vor. Okay, dann fragen Sie mal, ob es möglich ist, dass er 600 Euro beibringen kann. Ja, dann kann er gehen. Oder Alternative 2, er muss in Haft. Wann, du bezahlst du nicht? Er kann bezahlen. Und wenn er das Geld hat, dann geht er nicht in Haft heute. Wann kann ich nicht? Wenn er kein Geld hat, geht er in Haft. Geht er in Haft? Geht er ins Gefängnis. Wegen eines Verstoßes gegen das Versicherungsgesetz wurde der Bulgare schon vor einem Jahr verurteilt. Er muss 600 Euro zahlen oder für 20 Tage ins Gefängnis. Michael Jahn und Sebastian Brandt nehmen ihn mit aufs Revier. Freitagabend im Polizeirevier Zoologischer Garten. Die Fahnder der Bundespolizei machen sich fertig für eine lange Nacht. Zwischen 0 Uhr und 6 Uhr morgens sind weniger die osteuropäischen Banden, sondern verstärkt Moldauer und Nordafrikaner unterwegs. Doch auch die sind gut organisiert und meistens auch gewaltbereit. Stellt euch auch darauf ein, in der Vergangenheit hatten wir es ja, dass da auch Fake-Diebstähle seitens unseres polizeilichen Gegenübers inszeniert wurden. Also dass die sich da gegenseitig abgetastet haben oder nach Polizei gerufen haben, um abzuchecken, ob jemand da ist. Auch in puncto auf unsere arabischen Gruppierungen Eigensicherungshinweis. Die waren ja doch etwas kräftiger und mindestens zu viert. Da auf jeden Fall keine Alleingänge und Vorsicht geboten. Die Fahnder wollen alle vor der Kamera unerkannt bleiben. Denn die sogenannten Nachttäter sind aufmerksam, schauen sich genau in den Waggons um, merken sich die Gesichter der Fahnder. Vivian leitet den heutigen Einsatz. In zweier Teams teilen sich die Bundespolizisten auf die verschiedenen Waggons auf. In den Zügen sitzen viele schlafende Reisende. Ideale Ziele für die Taschenliebe. Per Funk, Telefon und Kurznachrichten bleiben die Fahnder in Kontakt. Bei Bucky ist in der Bahn ein lohnendes Opfer und bei Alex ist möglicherweise vorne ein Taschenlieb drin und schaut sich Opfer an. Die Fahnder sitzen in den Zügen, beobachten und verhalten sich wie normale Passagiere. Alles andere macht professionelle Taschenliebe stutzig. Alex hat jetzt einen mutmaßlichen Taschenlieb, grüne Jacke. Der geht wohl die Bahn durch. Der ist jetzt anscheinend bei uns rein. Der ist jetzt bei uns rein. Der Mann trägt eine grüne Tarnjacke und verhält sich auf den ersten Blick wie ein normaler Reisender. Doch er mustert auffällig die Passagiere. Definitiv ein Taschenlieb und Verhalten. Er war jetzt schon im ersten Waggon, hat da auch in der Tür gestanden. Beim Halt der Bahn ist er ein weiter nach hinten. Er hat sich hingesetzt, offensiv geguckt, ist hier jemand und ist weiter nach hinten durch. Und das ist so dieses typische Täterverhalten, worauf man achten kann. Im Zug befinden sich viele schlafende Fahrgäste. Alles potenzielle Opfer für Taschenliebe. Unklar ist, ob der Mann allein unterwegs ist oder Komplizen hat. Vivian und ihre Kollegen wissen aus Erfahrung, das Überführen der Taschendiebe wird immer gefährlicher. Das ist unsere auch selber getätigte Beobachtung, dass die zunehmend irgendwie gewaltbereiter sind und auch mehr Equipment mitführen, um sich zu verteidigen und den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Also Glasflaschen, Pfefferspray, Messer, die versteckt getragen werden, Checkkartenmesser, die aus den Geldbörsen gezogen werden können. Der Mann steigt aus dem Zug und wechselt auf den Bahnsteig. Die Fahnder ebenfalls. Vivian läuft direkt an ihm vorbei. Noch ist unklar, ob der Verdächtige mit der grünen Tarnjacke nach lohnenden Opfern Ausschau hält oder versucht, die Fahnder abzuschütteln. Die nächste Bahn fährt ein. Vivian bekommt eine Info von ihren Kollegen. Die Tarnjacke ist im zweiten Lagom drin. Der mutmaßliche Taschendieb läuft auch diesen Zug ab. Dann bekommt Vivian ein Foto auf ihr Handy und per Funk eine Info der Kollegen. Er hat sich direkt neben Opfer gesetzt. Hand geht in seine Richtung. Der greift in die Tasche. Tarnjacke greift in die Tasche. Die Fahnder sind ganz nah dran an der Situation. Der nächste Bahnhof. Vivian positioniert sich an der Tür. Komm mal mit. Die Fahnder haben beobachtet, wie der Mann in die Tasche des schlafenden Reisenden gegriffen hat. Der Mann gibt sich unschuldig. Der Herr hat es sogar gesehen. Der Herr hat es gesehen, wie sie in die Tasche greifen wollen. Und hat sie noch angesprochen? No. No. Sie sind beschuldigt, dass einer Straftat. Sie müssen dazu nichts sagen. Do you speak English? Ich kenne Russland. English? English no. German English? No. No German or English. No. No. Der Tatverdächtige stammt aus Rumänien und versteht nach eigener Aussage weder Deutsch noch Englisch. Auch das Opfer wird von den Beamten vernommen. Er ist leicht alkoholisiert und hat nichts von dem Diebstahlsversuch gemerkt. So, bleiben Sie mal ganz ruhig. Sie sind beschuldigt einer Straftat. Sie müssen jetzt zur Sache nichts sagen. Die Beamten haben offenbar eingegriffen, bevor die Tat vollendet werden konnte. Doch auch versuchter Taschendiebstahl kann mit Freiheitsstrafe gehandelt werden. Auch wenn die Arbeit der Bundespolizisten jeden Tag und jede Nacht von Neuem beginnt, werden Bahnhöfe nie frei von Kriminalität sein. Aber ihr Einsatz macht es den Tätern schwerer. Das ist ein irgendeiner Tablauch für die Tatan Begin Aukad 결z宝l in um Eighth Quote. Dieser Tut vertマommt